Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der großen, schönen, weiten, bunten Welt. Heute ist Montag, der 11. Oktober 2021, Andreas Augenstrahlen beim Anblick der verfärbten Bäume. Ja, es ist einfach immer wieder beeindruckend, dieser Indian Summer, aber da habe ich oft genug drüber gesprochen. Aber heute haben wir einen gemischten Tag mit Sonne und Wolken, blauem Himmel und ab und zu graue Abschnitte. Regen erwarten wir nicht, wäre eigentlich gar nicht mal schlecht, ein bisschen Regen, aber so ist es halt. Also wir erfreuen uns und der See changiert wirklich Silber heute, ganz, ganz stark Silber, richtig? Silbergrau. Silbergrau, es hätte mich auch gewundert, wenn es nicht irgendetwas zu korrigieren gäbe. Ja, ja, das ist hier unser, also da entflammt sich ja immer vieles an dieser Betrachtung unseres Silbersees. Ja, ihr Lieben, wir sind ja dabei zu begleiten, zu beobachten, wie entwickeln sich die Dinge in der Welt. Und man kann wirklich zu Recht behaupten, überall an allen Ecken und Enden brennt die Hütte. Und man kann natürlich darüber jetzt in großes Lamentieren verfallen oder man kann versuchen, sachlich das Sachliche zu beobachten und daraus seine Schlüsse zu ziehen, Vorsorge zu betreiben, Ruhe zu bewahren, die Nerven schön im Zaum behalten. Anders ist es überhaupt nicht möglich, durch diese Zeit zu kommen. Und wenn es auch in manchen biblischen Texten heißt, die Bedrängnis, in die die Menschen kommen werden, wird immer größer werden, dann kann man das jetzt mal so Schritt für Schritt auch selber am eigenen Leib spüren. Jeder hat ja ein Thema im Moment, von dem er sagt, oh, das könnte schwierig werden für mich. Lasst bitte die Was-passiert-wenn-Maschine aus. Bleibt im Vertrauen. Je weniger Gedankenkarussell ihr euch macht, umso leichter und umso besser kommt ihr durch diese Krise. Das heißt, bei allen Nachrichten, die wir hier heute auch wieder haben, sie sind einfach nicht erfreulich. Aber wer es von der richtigen Seite betrachtet, kann feststellen, es ist denn doch wieder irgendwie erfreulich, weil die Dinge sich jetzt zeigen, weil das, was falsch ist, hochkocht, sich zeigen muss, um dann zerstört zu werden, damit das Richtige und Gute hochwächst. Es ist ein Zeitprozess und diesen Zeitprozess müssen wir durchstehen und zwar mit guten Gedanken, mit dem Blick nach oben und festem Gottvertrauen. Ja, und da es logisch ist, dass ein Umbruch der Menschheit, der sich ins Gute endlich, ins Gute, ins Richtige, so ist es besser, tatsächlich jetzt umwandelt, dann ist es klar, dass man dadurch dieses berühmte Nadelöhr durch muss. Das läuft nach wie vor und der Tag dieser Erneuerung kommt immer, immer näher. Und das sollte uns, wie gesagt, trotz dieser ganzen Begleitung mit den Themen, eigentlich begleiten wir nur den zusammenbrechenden Baum, anstatt uns tatsächlich jetzt mit den Grundlagen dann zu beschäftigen, die nach außen auf uns zukommen. Aber wir wollen natürlich auch die Situation, die uns täglich auf uns eingeprasselt wird, gewissermaßen durch die Massenmedien, dass wir die natürlich begleiten und von unserer Seite kommentieren, um da immer wieder mal auch ein bisschen eine Gegenperspektive mal aufzubauen. Und nicht aus Prinzip, sondern aus einem Objektivitätsimpuls heraus, weil wir an der Wahrheit interessiert sind. Und diese Wahrheit, das ist das, woran wir arbeiten, da können wir Fehler machen, das ist klar, weil auch wir nicht völlig frei von Vorurteilen oder sonstigen Dingen sind. Wir versuchen es aber rauszunehmen. Aber das unterscheidet uns von den Massenmedien, wo da offenbar auch schon große Teile, nicht alle natürlich, von dem Virus befallen sind, des Interesses an der Wahrheit. Und das ist das eigentliche Problem. Ja, und letztgenannte, die Massenmedien, die mögen uns nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir die immer wieder zu stören scheinen. Auch die sind schon wieder dran, um irgendwelche Geschichten über uns zu schreiben. Auch das bekommen wir hier am Rande mit. Und auch für uns gilt es immer wieder, es ist eine schwierige Zeit, durch die wir mit erhobenem Haupt hindurch müssen und durchgehen werden. So. Ja, und nun gibt es neue Bundessprecher für die Grünen und zwar für die grüne Jugend. Und da sind jetzt am Wochenende gewählt worden durch 600 Delegierte in Erfurt der Politikstudent Timon Zinus und die Sozialwissenschaftsstudentin Sarah Lee Heinrich oder Sarah Lee, wie sie es ausspricht. Und das sind also jetzt die Bundessprecher der Jugendorganisation. Das sind die Leute, die hinter Fridays for Future eigentlich zu stehen scheinen, möchte man meinen, die hinter Greta Thunberg stehen müssten, möchte man meinen. Aber hinter wen sie eigentlich genau stehen, das zeigt sich noch nicht so genau, denn sie sind auch nicht zufrieden mit der Ampelkoalition, die derzeit verhandelt wird. Sie warnen vor zu vielen Zugeständnissen an die FDP und der Vorsitzende Timon Zinus hat also sich da ganz robust geäußert und sagt, Christian Lindner von der FDP ist ein rechter Kotzbrocken, der zurücktreten soll. Das zitiert hier die Bild-Zeitung, das habe er im vergangenen Jahr schon gesagt, der Herr Zinus und nachdem sich nämlich der FDP-Politiker Thomas Kemmerich auch mit Stimmen der AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten wählen ließ. Wir wissen ja, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und Zinus geht noch weiter. Der hat Herrn Lindner von der FDP bei anderen Anlässen als gelbe Null bezeichnet und einfach widerlich ihn gefunden und sexistisch, peinlich und unerträglich. Und sein Urteil ist letztes Jahr ganz klar ausgefallen. Unter Lindner ist die FDP im Bund regierungsunfähig. Und er ist auch im letzten Jahr mit dem Ex-Kollegen Jörg Pilawa von der ARD aneinander geraten. Als der nämlich in einem Interview erzählt hatte, dass er wegen Corona nicht auf seiner Privatinsel in Kanada könne, hat Herr Zinus in Großbuchstaben geschimpft, deine Scheißinsel ist mir egal, die werden wir dir aber auch wegnehmen, wenn wir dich enteignen. Ja, Rache und Neid sind natürlich die höchsten Motive, die man haben kann, wenn man sozialistisch geprägt ist. Also nicht zu den Leistungserbringern gehört, sondern zu den Leistungsverteilern. Und das sehen wir hier natürlich in einer klaren Form. Wir merken, dass das Niveau massiv fällt. Das geistige, intellektuelle Niveau, das hat jetzt den Bodensatz irgendwo erreicht. Aber wir sehen natürlich auch die große Gefahr, die dann an Totalitarismus entstehen können. Und Deutschland hat daher nun vor 90 Jahren auch eine große Erfahrung machen müssen. Und die Gefahr besteht natürlich, dass sich solche Dinge eben halt wiederholen. Und aus diesem Grunde werden wir nicht müde, auf diese dramatischen Entwicklungen hinzuweisen. Ja, aber nicht nur der männliche Sprecher. Darf man das überhaupt jetzt noch sagen? Weiß ich nicht. Wie soll man es sonst nennen? Keine Ahnung. Aber ich glaube, der ist männlich. Also der mit der tiefen Stimme. Hat er eine tiefe Stimme? Weiß ich nicht. Aber der hat auf jeden Fall eine tiefere wahrscheinlich als die Frau. Wobei, das ist heute auch mittlerweile fraglich. Ja, also ich will da auch gar nicht weitergehen. Aber wie gesagt, Sarah Lee Heinrich, die allerdings ist auch nicht zimperlich mit ihren Äußerungen in der Vergangenheit gewesen. Also nochmal am Samstag wurde sie von den Grünen zur Bundessprecherin der Grünen Jugend gewählt. Sie ist 20, andere sagen 21 und sie hat in einer öffentlichen Diskussionsrunde geäußert, die auch als Videomitschnitt existiert. Da hat sie sich geäußert von einer wörtlich oder über eine eklig weiße Mehrheitsgesellschaft, die der Klimaschutzbewegung Fridays for Future nur so wohl gesonnen sei, weil dort überwiegend weiße Jugendliche demonstrierten. Sie hat sich 2019 für diese Formulierung entschuldigt und hat das Wort eklig zurückgenommen und sagt also, es wäre auch gegangen, wenn sie ungerecht gesagt hätte. Also eine ungerechte weiße Mehrheitsgesellschaft oder eine ungerecht weiße Mehrheitsgesellschaft. Also sie hat offenbar etwas gegen eine weiße Mehrheit. Und es gibt auch noch Wirbel um einige ältere Tweets von ihr, die hat sie inzwischen alle gelöscht, hat sich wohl auch dafür zum Teil entschuldigt und zum Teil davon distanziert. Und zwar noch zu ihren jugendlichen Jahren hat sie zum Beispiel gesagt, als es um den Bachelor ging in einer RTL-Sendung, diese Tunte soll auch ihr Maul halten oder deine Schuhe sind schwul, meine Schuhe sind teuer. Naja gut, für ein Mitglied einer Partei, die eigentlich Respekt verlangen vor sexuellen oder für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt sind es natürlich wirklich ungeheure Äußerungen. Und sie hatte auch vor ihrer Wahl zur Bundessprecherin einige Tweets gelöscht, unter anderem auch diffuse Morddrohungen, die sie ausgestoßen hatte nach dem Motto, ich werde dich finden und anspucken, dann aufhängen, mit einem Messer anstupsen und bluten lassen oder ich will dich verbrennen, alle Männer sind scheiße. Ja, also wenn man einen Rassismusideal verdecken will, dann schimpft man am besten gegen den Rassismus, denn dann wird man natürlich nicht geoutet, dass man einer ist. Das scheint hier offenbar zu sein, das heißt die Jugendorganisation der Grünen hat jetzt mit Rassismus zu tun. Und die eklige weiße Mehrheit, von der sie da spricht, ich stelle mir vor, aus einem anderen Spektrum, einer anderen Partei, würden eben halt damit nicht die weiße Mehrheit, sondern eine farbige Mehrheit genannt würden, in dieser Form, in dieser Art und Weise, was ja wirklich auch absurd und abartig wäre. Und solche Menschen würden sofort verbannt werden. Es gibt wahrscheinlich drei Sondersendungen inklusive einem Brennpunkt im ARD, wenn jemand so etwas sagen würde. Aber hier wird so etwas Bundessprecherin einer sogenannten demokratischen Partei, die sich jetzt irgendwie als etwas anderes outet, nämlich als offenbar rassistisch, es sei denn, sie greifen sofort ein und sorgen dafür, dass diese Frau sofort wieder verschwindet. Ja, also es gibt weitere Tweets, die gelöscht wurden und von denen sie sich offenbar wirklich distanziert. Das muss man jetzt auch der Ordnung halber einfach dazufügen. Sie sagt, das war halt in ihrer Jugendzeit und sie hat auch gleichzeitig jetzt junge Menschen aufgefordert, nicht gleich alles im Internet rauszuhauen, was man so denkt, weil es einem später natürlich zum Verhängnis werden könnte, so hat sie offenbar 2016 geschrieben, schreibt die Berliner Zeitung, ich werde mir irgendwann einen Besen nehmen und alle weißen Menschen aus Afrika rauskehren. Und naja, sie wird jetzt tatsächlich dann auch von jungen Leuten als Rassistin bezeichnet. Aber wie man die politische Kultur in Deutschland inzwischen kennengelernt hat, wird das hier alles so im Meer der Kavaliersdelikte untergehen. Es ist ein wirkliches Problem, wenn man natürlich weiß, wie viel aufgestaut ist über die Jahrhunderte, Jahre, nämlich der massiven Unterdrückung, nämlich der farbigen, der dunklen, der schwarzen Gesellschaft, wie nennt man das eigentlich, darf man noch farbig nennen, darf man schwarz nennen, ich weiß es nicht, also der nicht-weißen Bevölkerung, dann ist es logisch, dass da natürlich ein Aggressionspotenzial aufgebaut wurde und dass dieses Pendel irgendwann zurückschlägt, das kann ich sogar nachvollziehen. Die Art und Weise allerdings, die jetzt hier an den Tag gelegt wird, führt nicht zu einer friedlichen Entwicklung, zu einem Anhalten des Pendels, sondern zu einem noch mehr motivierten, ausschlagenden Pendel, bloß in die andere Richtung. Und dieses Pendel heißt dann Rache, Rache und nochmals Rache. Und wenn sie dann sagt, sie hat sich davon distanziert und entschuldigt und sie sagt auch dann, bitte schreibt nicht alles rein in Facebook, was ihr denkt, das bedeutet, also ihr könnt denken, was ihr wollt, ihr könnt eure Motivation und eure Grundhaltung auch gerne beibehalten, es ist ja auch richtig so, aber schreibt es bitte nicht auf, behaltet es lieber für euch. Das ist das, was dahinter steht, das heißt, diese rassistische Grundtendenz ist da, wird gepflegt und wird aufgebaut, man soll nur nicht so offen darüber reden. Und das ist wirklich heftig. Eigentlich zeigt es ja, wo die Grünen insgesamt stehen. 600 Leute haben diese beiden gewählt. Wer solche Menschen wählt, weiß natürlich auch, was sie vorher geäußert haben. Die müssen ja untersucht werden. Man kann ja nicht einfach irgendeinen Vorschlag blind ergreifen und sagen, oh ja, die beiden sehen nett aus, also nehmen wir die, sondern die Politiker der Grünen werden schon gewusst haben, wen sie wählen und damit sehe ich eigentlich das Problem herannahen, dass also ein totalitäres Verhalten dort nicht nur akzeptiert, sondern durchaus unterstützt wird. Etwas, was man eigentlich eher bei der linken Antifa immer gesucht und auch gefunden hat. Und das scheint auf die Grünen ein ganz ordentliches Stück abgefärbt zu haben. Ja, das freie Denken gehört irgendwie in der Vergangenheit an und wir müssen uns da wirklich Gedanken machen. Denn wir sehen ja alle, was da läuft, gerade bei dieser jungen Generation, aber bei der älteren natürlich auch. Wir denken nicht mehr selbst, sondern wir werden gedacht. Wir sind dermaßen abgerichtet, dass wir gar keine freien Gedanken mehr führen können, was ist gerecht, was ist nicht gerecht, sondern automatisch immer irgendwie versuchen, zu einer Masse dazuzugehören, weil das Modebewusstsein, das Selbstbewusstsein verdrängt hat. Und man versucht immer zu einer Gruppe dazuzugehören. Und ich erinnere mich da an deine Worte, was die Mutter-Kind-Bindung anbelangt, die ganz wichtig ist zu einer eigenen Entwicklung, einer eigenen Persönlichkeit und wozu es führt, wenn man die Menschen gruppenmäßig lagert in den sogenannten Kitas und so weiter, wo sie dann eine Gruppendynamik bekommen, aber ihre eigene Individualität verlieren und abgeben. Und solche Gruppierungen, die dann quasi standardisiert wurden, uniformiert wurden, geistig, gedanklich, verstandesmäßig, lassen sich hervorragend führen. Und das sind die gefährlichen Tendenzen. Na gut, in bestimmten politischen Systemen nennt man das Kollektiv. Und wenn man als kleines Kind schon ganz früh gelernt hat, dass man im Kollektiv funktionieren muss, dann hat man natürlich die Sehnsucht nach dem Kollektiv auch. Aber das sind ja Themen, die uns schon immer beschäftigt haben und die eigentlich auch jetzt wichtig sind bei der Beobachtung des gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verfalls. Vom geistigen Verfall spreche ich schon gar nicht mehr, weil der Geist ja im Moment überhaupt die absolut untergeordnete Rolle zu spielen scheint, was ein Hauptgrund für den Absturz der Welt ist. Und der Materialismus, der steht im Fokus, der Materialismus ist das, was der Verstand erzeugt. Und wie du es auch immer so schön erklärst und wie wir das auch sehr aufschlussreich in den drei grünen Bänden im Lichte der Wahrheit erkennen und erfahren und auch lernen können, normalerweise ist es der Geist, der oberhalb des Verstandes stehen sollte. Diese beiden in Abstimmung sind das beste Mittel, um eine gesunde und harmonische Welt zu schaffen. Aber wenn man den Verstand darüber setzt und den Geist praktisch nicht nur unterordnet, sondern praktisch so gut wie ignoriert, dann bekommen wir natürlich das Problem des Materialismus, welches letztendlich jetzt seinen Höhepunkt finden wird in einer Welt, die beherrscht sein wird von Robotern und von künstlicher Intelligenz. Und damit sind wir nämlich bei der nächsten Meldung. Es gab also einen Zusammenschluss oder es gibt einen Zusammenschluss von insgesamt 4000 Wissenschaftlern, von denen vor kurzem, vor wenigen Tagen in Genf 900 dieser Wissenschaftler zusammenkamen, auch Diplomaten und weitere Teilnehmer. Das Ganze hat organisiert die Gesellschaft oder der Verein eine neue Stiftung, die die weltweiten wissenschaftlichen Entwicklungen auf dem Radar hat und zusammengebracht hat all diese Menschen und Wissenschaftler der ehemalige Nestle-Lenker, der CEO Peter Brabeck, der hier Stiftungspräsident geworden ist bei GESTA, und der hat dem Sonntagsblick, also der Schweizer Sonntagszeitung in Genf ein Interview gegeben. Spannend ist ja, dass solche Dinge, die die Zukunft angehen, immer in Genf stattfinden. Und er ist gefragt worden, warum er diese Leute zusammengebracht hat. Und er sagt, die Wissenschaft schreitet schneller voran, als die Politik folgen kann. Diese ist derart mit dem Alltag beschäftigt, dass sie zu wenig Zeit findet, um über langfristige Entwicklungen nachzudenken. Und so kann der wissenschaftliche Fortschritt nicht angewendet werden, weil der politische Rahmen fehlt. Durchbrüche verhungern in der Schublade. Ja, und das Problem ist einfach, dass hier dieser falsche Weg, den wir gehen, noch forciert werden soll. Und wir feststellen, wir gehen noch gar nicht weit genug, weil es geht um den Fortschritt. Aber wovon schreiten wir eigentlich fort? Nämlich eigentlich von uns selbst, unserem eigenen Bewusstsein und unserer eigenen Fähigkeiten, übrigens auch die des Verstandes. Denn wenn die wissenschaftliche Technik immer weiter das Leben erleichtert, dann fallen die natürlichen Ressourcen natürlich irgendwann hinten runter. So wie viele heute ohne eine Navigation in einem Auto überhaupt nicht mehr nach Hause finden würden, wenn sie durch eine Stadt fahren. Oder wie ich bei mir teilweise mir merke immer wieder, man wirft mir mal kurz eine sechsstellige Telefonnummer rüber und ich muss sie mir schon aufschreiben, weil ich sie sonst wieder vergesse. Früher hat man die Dinger sich einfach gemerkt und hatte sie nach zwei Stunden immer noch abrufbereit in seinem Kopf. Mir fällt das manchmal schwer, auch durch diese Überflutung natürlich an Informationen. Und hier geht es darum, die Menschen immer mehr abhängig zu machen. Früher hatte mein Mann ein Auto, da musste man sogar den Blinkerhebel wieder in die Nullstellung zurückbringen, wenn man denn abgebogen war. Der ging nicht von alleine wieder zurück. Und das Licht ging auch nicht alleine an. All diese Dinge führen natürlich auch zu einer massiven Trägheit unserer eigenen Sinne. Und je tiefer wir diese technischen Mittel nutzen, desto abhängiger werden wir von diesen technischen Hilfsmitteln. Und wenn die irgendeiner kontrolliert und abschaltet, dann fallen wir irgendwann zusammen wie ein Roboter, dem man den Strom entzieht. Und dann hängen plötzlich die Schultern, der guckt nur noch stumpf nach vorne und es passiert nichts mehr. Diese Zusammenhänge werden überhaupt nicht mehr hinterfragt. Ethik, Moral, Fehl am Platze, alles, was wissenschaftlich machbar ist, soll gefälligst gemacht werden. Und das geht noch längst nicht weit genug. Das steht dahinter. Also die Frage des Gewissens, die wird am Rande diskutiert, die ethischen und moralischen Widerstände, die man haben könnte. Und die gibt es auch bei manchen Wissenschaftlern. Aber wenn wir uns das mal ansehen, was sind die Kernthemen, die diese Wissenschaftler hier in Genf zusammengetragen haben und die der Blick, der Schweizer Blick zusammengefasst hat. Also drei Kernthemen. Ewige Jugend, ein Leben auf dem Mars und Hilfsroboter, die so konzipiert sind, dass man im menschlichen Gehirn Chips einsetzt, die uns mit diesen Robotern verbinden, um, wie es heißt, das Bewusstsein des Menschen zu erhöhen. Ja, hier merkt man natürlich die völlige Verirrung dieser sogenannten Wissenschaft. Weil das Bewusstsein hier überhaupt nicht verstanden ist, das, was das überhaupt bedeutet. Das Bewusstsein ist die Schöpfungskraft, die Lebenskraft, die permanent auf uns eingeht, die wir permanent brauchen, damit unser Körper übrigens am Leben bleibt. Denn er lebt ja nicht von alleine. Er muss ja permanent belebt werden. Das hängt auch viel mit unserem Bewusstsein zusammen. Aber wir haben ja diesen geistigen Teil, wo wir auch das Gewissen finden. Mittlerweile finden wir das organisch übrigens im Kleinhirn wieder. Und das zeigt also, wir haben es sträflich vernachlässigt. Das müsste nämlich genauso groß sein wie das Großhirn. Genau diese Dinge. Und was man jetzt machen will, ist das Kleinhirn noch mehr zu verkleinern, indem man das Großhirn noch mehr vergrößert. Das heißt, diese Ungleichgewichtung, diese Fehlstellung, diese Schiefstellung, diese Lage noch zu verstärken und noch schiefer zu stellen, bis wir irgendwann vergessen, wahrscheinlich zu atmen, wenn uns nicht irgendein wissenschaftlicher, entwickelter Chip den Impuls gibt, Achtung, Luft holen. Es ist schon wirklich abenteuerlich, wie wenig Sie verstehen von der wirklichen Schöpfung. Achtung, abreden. Ja, ich rege mich ab. Also, erster Punkt, ewige Jugend, da heißt es hier, es ist bereits gelungen, Arthrose mittels Zellverjüngung zu behandeln oder Stammzellen auf das Alter Null zurückzusetzen. Die Wissenschaftler, die sogenannten, schreiben hier, der Forschungsbereich der Verjüngung hat großes Potenzial, ist jedoch enorm teuer und umstritten. In fünf Jahren erwarten Sie, dass erste Therapien für Organverjüngungen zur Anwendung kommen. In zehn Jahren heißt es, durch den technischen Fortschritt und das wachsende Wissen wird die Verjüngungstherapie bezahlbar. Könnt ihr euch schon alle drauf freuen. Und in 25 Jahren könnten wirkliche Verjüngungskuren möglich sein. Wörtlich, die Methoden zur Verabreichung von Stammzellen sind viel weiter ausgereift und ermöglichen die gezielte Verjüngung einer ganzen Reihe von Gewebetypen. Bis dahin könnten wir noch durchhalten. Ja, also ich sage mal einfach, man sollte an dieser Stelle Christopher Vazay lesen. Diese Bücher zeigen ganz deutlich, wie das Prinzip des Lebens aufgebaut ist und vor allem auch das biochemische Prinzip. Nämlich aus einer geistigen Sicht kann man übrigens auch biochemische Prozesse ableiten. Das ist nämlich gar kein Widerspruch. Und wenn man sich mit der Blutausstrahlung, also mit dem Blutgeheimnis selbst auseinandersetzt, aber auch eben mit dem Prinzip des Lebens und auch mit dem Sinn des Lebens. Was ich immer sage, die Menschheit gibt es seit tausenden von Jahren und weiß bis heute gar nicht, wozu. Sie leben ihr Leben einfach nur so ab und in Zukunft soll man dann auch noch so jung bleiben und soll es immer noch weiter so leben auf höchstem Niveau, in der höchsten Freude und in der Partylaune. Aber die eigentlichen Aufgaben unseres Lebens, nämlich auch Erfahrungen zu sammeln, die wichtige Erfahrung zum Beispiel auch von einer Krankheit. Krankheit ist ja übrigens kein Vorgang, dass der Körper unbedingt jetzt gerade eine Fehlstellung hat, sondern die sogenannten Krankheitssymptome sind ja die Heilungsprozesse. Weil wenn ein Körper krank ist, also in irgendeiner Form belastet wird, durch zum Beispiel Virus, durch Bakterien, durch irgendetwas, eine Entzündung, dann werden wir irgendwann die Symptome feststellen. Und diese Symptome sind der Heilungsprozess und nicht der Krankheitsprozess, denn der Körper reagiert ja darauf. All diese Dinge werden über den Haufen geschmissen. Ewige Jugend, alles wird nur noch ganz hoch gepusht. Es ist nur noch Freude, nur noch ganz groß. Das heißt, wenn wir aber die Schwingungen des Lebens von ganz hoch bis mal etwas niedriger nicht erleben dürfen, dann werden wir gar nicht mehr erkennen, wie wichtig es ist, dass wir es genießen, dass es uns gut geht. Wir müssen auch das Gegenteil erkennen. Ja, das war bei mir neulich mit dieser Zahn-OP, die wirklich knifflig und kompliziert war und auf die ich mich natürlich so vorbereitet habe, dass ich die guten Helfer an meine Seite und auch an die Seite der Ärzte geholt habe. Und das ist super schön gelaufen alles. Aber was vor allem der wichtige Prozess war, was du gerade gesagt hast, dass man danach, wenn das alles vorbei ist, das zu schätzen weiß, wie schön es ist, wenn man jetzt nicht so viele Probleme oder Herausforderungen zu bewältigen hat, sondern wenn das Leben einfach schön reibungslos läuft. Also darüber kann man sich dann noch viel mehr freuen. Naja, und das Ziel ist irgendwie immer, dass man den Tod besiegen will und mit dem Tod meint man das Ende seines Erdenganges und nicht der Tod seines eigenen Lebens. Und wenn man natürlich wirklich glaubt, dass man auf diese Erde kommt und dann irgendwann wieder stirbt und dann ist wieder alles vorbei und wenn man dann diesen Vorgang eben halt hinaus zögert oder sogar komplett eliminiert, dass man dann ewig leben bleibt, der hat wirklich nichts verstanden von dem Leben, was wir eigentlich haben. Vor allem, wie gesagt, auch nichts von der Aufgabe, die hier vor uns liegt. Also wir wollen mal zum zweiten Kernthema kommen, dass wir diese drei Themen, die in die Zyklen 15 und 15 Jahre, nein Quatsch, 25 Jahre, aufgeteilt sind, zum Thema des Lebens auf dem Mars hören. Also da heißt es, Dutzende Mars-Missionen wurden seit den 60er Jahren gestartet. Noch seien die Reisen auf den Mars beschwerlich. Die technischen Herausforderungen enorm. Und doch weise vieles darauf hin, dass die Menschheit in den nächsten 25 Jahren den Mars besiedeln werde. In fünf Jahren heißt es immer, mehr nationale und private Raumfahrtakteure senden Satelliten, um hochauflösende Aufnahmen der Marsoberfläche zu machen. Es heißt wörtlich, schon bald können wir den Planeten erkunden, zumindest virtuell. In zehn Jahren heißt es, SpaceX, die Raumfahrtfirma von Elon Musk, schickt dann die ersten Menschen auf den Mars, prognostizieren die Wissenschaftler. Ein Thema werde dann dominieren, Weltraumschrott. Denn viele Weltraumakteure benutzen Einwegraketen, um Kosten und Komplexität zu reduzieren. Und in 25 Jahren Pläne für das Leben und Arbeiten auf dem Mars werden ernsthaft. Doch nicht nur aus Neugierde und Abenteuerlust. Denn so schreiben die Forscher, wenn es nicht zu einer grundlegenden Änderung unseres derzeitigen Klimakurses komme, werden die Menschen aus Verzweiflung auf den Mars reisen. Ja, eine solche Verachtung unserer Mutter Erde ist wirklich kaum zu beschreiben. Es ist ja wie aufgegeben. Und wenn solche Leute wie Musk und die Ultrareichen jetzt wirklich der Meinung sind, dass man nicht sagt, man nimmt das Geld und versucht jetzt eine Umweltschutzaktion für diese Erde zu machen, eine Nachhaltigkeit zu bringen. Sie hätten das Geld, eine echte, eine ehrliche und aufrechte Schonung der Erde. Die Erde ist durchaus in der Lage, sich wieder selbst zu regenerieren, wenn sie entsprechend die Impulse von uns bekommen. Aber wenn ausgerechnet die Gruppe der Ultrareichen, die die Möglichkeiten hätten, es eigentlich in Gang zu setzen, weil das Kapital einfach genügend da ist und auch die Erde genügend Ressourcen hat, um die 7,8 Milliarden Menschen zu ernähren. Wir sind gar nicht zu viele. Wir sind einfach nur zu blöd. Das ist das ganze Prinzip, was dahinter steht. Und das hängt auch damit zusammen, mit der geistigen Entwicklung, mit der Verstandesentwicklung und all das, was wir hier regelmäßig bringen. Also stattdessen zu sagen, okay, wir nehmen die Herausforderung an, zieht man sich feige weg und sagt, nee, wir gehen jetzt einfach auf den Mars da drüber und dann können die restlichen noch flüchten, die Reichen, die Ultrareichen, die meinen, dass ihr Leben so wertvoll ist, dass es eben halt auf dem Mars unbedingt erhalten bleiben sollte. Es ist eine anthropozentrische Hybris, also eine Überheblichkeit, sich als Endprodukt der Evolution anzusehen, das einem der Atem stockt. Turmbau zu Babel. Wir haben ja historische beziehungsweise auch biblische Ereignisse, die in dieselbe Richtung führten. Und es war schon immer so, auch die Sintflut, die die Menschheit ereilt hat und wo die berühmte Geschichte Noas entstanden ist, der die Arche baute und mit einigen Spezies und Arten davon gesegelt ist, zeigt, dass auch dieser Eingriff von oben stattgefunden hatte, nachdem die Menschheit außer Rand und Band geworden ist. Ja, die Arche ist ein schönes Beispiel, wenn wir wissen, dass die Arche von einem Laien gebaut wurde, der hoch angebunden war, der seinen Geist offenbar noch zu bedienen wusste und kam mit dem Ganzen ganz klar mit dieser Schöpfung. Also die Arche wurde von einem Laien gebaut und sie hat diese Sintflut überlebt. Die Titanic ist von Wissenschaftlern und von Experten auf der Erde gebaut worden, die die höchsten Expertisen aufzuzeichnen hatte. Aber die ist an einem einzigen Eisberg verreckt, so die offizielle Geschichte. Und das mit der Sintflut ist wirklich ein interessanter Vergleich, denn wir sind mittlerweile als Menschheit die Sintflut. Das ist das Spannende eigentlich. Und vor dieser Veränderung stehen wir gerade, aber in jeder Flut, in jeder Pest, in jeder Cholera-Geschichte, überall gibt es immer Überlebende. Und wer dazugehört, hat selbst einen maßgeblichen Einfluss darauf. Und deshalb wollen wir tatsächlich diese Dinge mit dem Licht am Horizont betrachten, weiter darauf zuschreiten und auf gar keinen Fall ins Trudeln kommen. Ja, bei dieser großen Flut heißt es ja auch in der Bibel, in der Genesis und an vielen Stellen, dass Gott zornig gewesen sein soll auf die Menschen und es ihn geräut habe, dass er sie überhaupt hier auf diesen Planeten gelassen habe und dass er sie praktisch hinweggespült hat oder hinwegspülen hat lassen. Er selbst macht das nicht, sondern das machen natürlich die wesenhaften Helfer. Und Noah eben die Spezien auch retten sollte, dass sie doch überdauern. Das sind gewiss auch Gleichnisse und ob man die Geschichte so eins zu eins übernehmen kann. Auf jeden Fall gibt es viele Beispiele in der Bibel und in der Geschichte, dass die Menschen, wenn sie zu weit übers Ziel hinausgeschossen wurden, wie du auch sagst, Andreas, dass sie sich praktisch gottgleich erheben und sagen, na, wir gehen noch drüber hinaus, weil wir können alles. Wir sind Wissenschaftler, wir haben den Verstand über den Geist gesetzt und wir werden uns nicht nur die Welt, sondern das Universum untertan machen. Ja, und wenn man wirklich mal ehrlich in sich hineinschaut, jeder von uns ist Wissenschaftler. Ich kann euch empfehlen, von Axel Burkhardt das letzte Interview euch anzusehen, was wir auch auf unserer Seite hier veröffentlicht haben. Da geht es um die Erkenntnistheorie, da geht es um die soziale Dreigliederung und so weiter. Das heißt, hier werden die Zusammenhänge ganz deutlich erkannt. Es wird den Wissenschaftlern vorenthalten, dass sie als Einzige die Wahrheit kennen und als Einzige auch beurteilen können. Das ist falsch. Die meisten hohen Erfindungen, die meisten Durchbrüche in der Entwicklung, in der Wissenschaft sind gemacht worden von Laien, weil sie nämlich ganz normal aus ihrer Beobachtung heraus selbstständig denken und daraus etwas entwickelt haben. Die Wissenschaftler sind heute zum größten Teil nur abgerichtet. Sie spulen in ihren Studien das wieder, was sie von ihren Professoren vorgegeben bekommen, was man sagen soll, ob sie es verstanden haben oder nicht. Wer es sagt, ist dann Wissenschaftler, bekommt alle möglichen akademischen Grade und gilt dann als hochgebildet. In Wirklichkeit ist er nur hochgradig abgerichtet. Die Bildung hat etwas mit Ausbildung zu tun, etwas nach außen treten. Das bedeutet, eigenverantwortlich zu denken. Und dazu ist eben nicht ein Studium pauschal erforderlich, sondern wirklich der Wunsch und die Sehnsucht, etwas zu entwickeln. Und dann kann man es sehen, anhand der Erkenntnisse, die man macht, durch seine normalen Sinne, die man hat, plus der Intuition. Und dann bietet sich natürlich schon an ein Studium, wie beispielsweise Mathematik, Physik, Biochemie und so weiter. Das ist jetzt nichts Hinderliches, aber auf gar keinen Fall die Grundlage für alle wissenschaftlichen Grundarbeiten, die wir hier vorgesetzt bekommen. Ich habe gerade das Video noch mal eingestellt, das du hier empfohlen hast von Axel Burkhardt. Falls ihr es gestern nicht angeschaut habt, findet ihr es also oberhalb des Popcastes heute. Dritter Punkt der Forscher in Genf bei GESDA, die Roboter als Alltagshelfer. Wir sehen ja tatsächlich in den letzten Wochen schon immer häufiger Restaurants und so weiter, die diese Roboter einsetzen. Und hier heißt es, wird die künstliche Intelligenz eigenständig neben Menschen existieren und arbeiten? Wahrscheinlich, heißt es. Laut den Wissenschaftlern stehen wir vor einer neuen Ära in unserer Interaktion mit Maschinen. Und das Zeitfenster sieht so aus. In fünf Jahren heißt es, bis dann wird die KI, also die künstliche Intelligenz, nach heutigem Wissensstand in dynamische Maschinen wie Pflegeroboter oder autonome Fahrzeuge integriert sein. Industrieroboter arbeiten Seite an Seite mit Menschen. Andreas, Pflegeroboter. Da liegen alte Menschen im Bett, die nur noch selten ihre Familie sehen, die ein gutes Wort brauchen, die einen warmen Händedruck brauchen, denen vielleicht über die Stirn gestreichelt werden könnte oder über die Wangen, um sie zu trösten, in mancher Verzweiflung. Und an der Stelle nun Pflegeroboter aus Stahl. Ja, der Mensch hat sich gefälligst der Technik anzupassen. Das heißt, der Mensch muss eine Maschine werden und alle seine Eigenschaften, die er als Mensch mit Bewusstsein und Beseelung, die er hat, erleben, eigentlich darf im Rahmen der Schöpfung. All das wird aufgegeben werden müssen, denn der Mensch wird hier zu einem System runtergefahren, der quasi zu einem bestimmten Zeitpunkt gewendet werden muss, den Rücken eingecremt bekommen muss, damit er nicht wund liegt, wenn er älter ist und so weiter. Die persönliche Geschichte, die Emotionen, die fallen dabei weg. Die künstliche Intelligenz hat eindeutig die natürliche Intelligenz komplett verdrängt. Und diese natürliche Intelligenz, das ist die geistige Behinderung, die verloren gegangen ist, nämlich nicht die Intelligenz, die verloren gegangen ist, die natürliche. Und das finden wir in der Wissenschaft, die an diesen Dingen arbeiten, eben halt besonders ausgeprägt. Und deshalb nochmal ist es so wichtig, dass wir lernen, frei zu denken und uns davon zu lösen und vor allem nicht alles glauben, was man uns erzählt. Und ich kann immer nur sagen, haltet da durch. Versucht die Schöpfungsgesetze zu lernen, weil dieses Spiel, wenn es zu Ende ist, geht anders aus, als die Herrschaften sich das denken. Also das heißt, man kann sich auf die richtige Seite begeben jetzt, indem man sich mit dem Thema Schöpfungsgesetze, Naturgesetze vertraut macht, damit man weiß, wie man hier in dieser Welt zu stehen hat. Aber es ist es natürlich, die Kälte, die Gefühlskälte, die hier erzeugt wird, die ja schon auch durch den Beginn der Trennung des Babys von der Mutter eingeleitet wird, das scheint offenbar das Ziel zu sein für das Kollektiv dieser Erde. Ja, und dann in zehn Jahren heißt es, bis 2031 können Roboter dank künstlicher Intelligenz selbstständig lernen und Antworten auf offene Fragen finden. Dies führt zu einem exponentiellen Wachstum des KI-Wissens und erhöht die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine zusätzlich. Wenn, Andreas, wir jetzt doch von der Dualität des Menschenwissen vom Geist und vom Körper, von der Seele und von dem Verstand. Und es heißt hier, dass also Roboter selbstständig lernen und Antworten auf offene Fragen finden könnten, dann heißt es ja, dass das auch nur geistlose Antworten sein können, weil die Quelle der Ursprung gar nicht anders konzipiert ist. Richtig. Das ist auch die Situation. Wir dürfen auch eines nicht vergessen. Wir haben in uns verankert, natürlich auf der geistigen Ebene auch einen Ur-Code. Wir haben schon mal darüber gesprochen. Der wird uns nicht auf Dauer kaputt machen können. Dieser Reset, der durchgeführt wird, ist jetzt mehr oder weniger eine Verstandesabschaffung und auch eine Verkümmerung des Verstandes zugunsten einiger, die diesen Verstand weiter pflegen und damit den Abstand zur Masse noch mehr vergrößern, um die Masse weiter führen zu können. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Impuls, den man hier erkennen muss. und das Problem, was wir haben, ist, dass die Menschen zum eigenen Denken dabei komplett abgewöhnt werden. Man irgendwann auch nicht mehr lesen braucht. Man muss auch gar nicht mehr lesen können irgendwann. Eigentlich kann man dann irgendwann sogar die Buchstaben schreiben und lesen komplett in der Schule abschaffen, weil die Leute können es über Frage und Antwort sofort präsent in ihrem Kopf mit einem entsprechenden Chip bearbeiten, was sie gerade an Problemen zu lösen haben. Dann kommt ein Blackout und plötzlich schaltet irgendeiner das Ding ab und dann hat der Chip plötzlich keinen Strom mehr oder irgendwelche anderen Datenbanken keine mehr und dann vergessen die Leute vielleicht sogar zu essen, zu trinken, weil auch dazu brauchen sie eben einen entsprechenden Impuls von einem Roboter, der ihnen das erklärt, du musst mal wieder was essen, du bist dehydriert oder was auch immer und dann kann auf diese Weise natürlich die Menschheit auch in einer dramatischen Form dezimiert werden. Also es ist unfassbar, alles wird auch auf Elektronik aufgebaut und das gleichzeitig bei einer Abschaffung der Energiepolitik, wie wir sie jemals hatten. Es passt ja alles nicht zusammen. Wir sehen hier doch ganz groß die Agenda, die hier läuft. 2018 ist Stephen Hawking der berühmteste Physiker und Astrophysiker aus dieser irdischen Welt gewichen und der hatte kurz vorher bei einem Kongress erstaunlicherweise gewarnt vor den Folgen der künstlichen Intelligenz und vor allem den Folgen für die Menschheit. Auch damals hieß es, das ist hier eine Meldung, die habe ich nämlich mal kurz aufgerufen, da hieß es, dass er neben Elon Musk und anderen zahlreichen Experten dieser Entwicklung sehr kritisch gegenüber gestanden habe. Ich glaube, bei Herrn Musk hat sich inzwischen was verändert und Hawking wies darauf hin, dass künstliche Intelligenz und Roboter im Allgemeinen jetzt schon Millionen von Jobs gefährden würden, aber das sei nicht alles. Diese könnten nicht nur Jobs, sondern auch die Menschen an sich gefährden. Wörtlich sagte er, künstliche Intelligenz könnte einen eigenen Willen entwickeln, wenn wir jetzt hier hören, dass das ja wohl auch geplant ist und er fügte hinzu, die Entwicklung künstlicher Intelligenz könnte entweder das Schlimmste oder das Beste sein, was dem Menschen passiert. Und dabei setzen ja auch immer mehr große Firmen wie Google, Amazon, Apple auf künstliche Intelligenz und sehen sogar die Zukunft da drin. Aber wie Hawking sagte, soll er es besser sein, sich auf die Vorteile der künstlichen Intelligenz zu konzentrieren, anstatt dauernd zu versuchen, die künstliche Intelligenz weiterzuentwickeln und angeblich zu verbessern. Und er sagte, wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Welt, aber man solle dabei die jungen und die zukünftigen Generationen nicht außer Acht lassen. Es gab auch, wie ich mich erinnere, das muss ich noch mal raussuchen, eine Aussage von ihm, die in die Richtung ging, dass es das Ende der Menschheit bedeuten könnte. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass das sogar die Agenda ist, denn wenn es jetzt kein Cyberangriff ist, den man in diese künstliche Intelligenz einbauen kann, die ja dann die Menschen dahingehend motivieren, dass derjenige, der den Cyberangriff ausführt, die Menschen in Gedankengänge hineinbringen, von denen sie glauben, dass sie von ihnen selbst entstanden sind. Das bedeutet, man kann also die eigenen Gedanken oder die eigenen Ideologien quasi via Chip in die Gehirne einpflanzen und die Leute nehmen sie als eigene Gedanken, sogar als eigene Ideen auf. Damit könnte man theoretisch die Leute aufbringen, man könnte einen Hass sehen, man könnte theoretisch auch Gier sehen oder eben halt auch eine Trägheit einbauen, je nachdem, was derjenige gerade wünscht, der über diese künstliche Intelligenz auch verfügt und da Einflussnamen hat. Und ob das jetzt über einen Cyberangriff laufen würde von bösen Kräften oder eben halt von denjenigen, die das gerade planen, sogar ganz bewusst inszeniert wird, um das so umzusetzen, wie ich gerade sage, das sei dahingestellt. Stephen Hawking hat da natürlich ganz klar einen deutlichen Impuls gebracht auf die hohen Risiken für die Menschheit und aus diesem Grunde ist es auch so, dass wir groß daran interessiert sind, wir selbst an diesem ganzen Theater so es irgend geht nicht teilzunehmen. Ja, uns auf unser Inneres zu berufen und dies zu verbinden mit den wirklichen hohen Kräften aus dem Himmel. Also der Tagesspiegel hatte es damals auch gebracht, 2018, da heißt es, der britische Astrophysiker Stephen Hawking warnt vor künstlicher Intelligenz, ihre weitere Entwicklung könnte das Ende der Menschheit bedeuten, hat er bei der Vorstellung eines neuen Sprachcomputers 2018 geführt. Er fürchtet, dass die bislang noch ziemlich primitiven Maschinen eines Tages ein Selbstbewusstsein erlangen und sich rascher entwickeln, als die biologische Evolution voranschreitet, selbst wenn Methoden der synthetischen Biologie genützt werden, um das Erbgut zu verändern. Tja, und nur noch ganz kurz zum Abschluss dieses Themas, diese Wissenschaftler in Genf unter der Ägide des ehemaligen Nestle CEO sagen also der künstlichen Intelligenz in 25 Jahren Folgendes voraus, Mensch und Maschine verschmelzen, Gehirnimplantate erweitern menschliche Fähigkeiten, die Wissenschaftler schreiben, solche Implantate werden uns komplett neue Einblicke in das menschliche Bewusstsein ermöglichen. Und damit ist es deutlich bewiesen, dass sie nicht wissen, wovon sie reden, sie sind wie Blinde, die von der Farbe argumentieren und wissen gar nicht, was das ist. Das Bewusstsein ist etwas ganz anderes, das wird von außerhalb auf uns zugeführt und lässt sich gar nicht über das Gehirn regeln, weil das Gehirn damit gar nichts zu tun hat, sondern maximal ein Empfangsgerät sein kann, aber die Impulse laufen von ganz anderen Ebenen und hier verweisen wir wieder auf die Bücher im Lichte der Wahrheit, um diese Zusammenhänge zu verstehen, dann weiß man, dass diese Dinge, die da gefordert oder auch geplant sind, absolut unmöglich sind und nicht einmal die Grundlage unseres Daseins verstanden wurde, was Bewusstsein eigentlich ist. Die eigentliche Herausforderung für uns alle ist jetzt auf unserem inneren Kurs zu bleiben, von dem möchte man die Menschen jetzt abbringen, das ist die größte Herausforderung, im Gottvertrauen zu bleiben, also um ehrlich zu sein, ich habe nur einen Chef und der sitzt ganz weit oben und dem ordne ich mich unter und versuche meine Arbeit so gut wie möglich zu verrichten und natürlich versuchen wir auch hier mit unserer Arbeit euch ein Bild von diesem Weg zu geben. Nächstes Thema, Andreas, die Politiker, die deutschen Politiker haben ja ebenso wie Brüssel vor kurzem gefordert, dass Polen die Gelder gestrichen werden sollten, weil sie eben ihren eigenen Kurs gehen in Sachen Verfassungsgesetze, und Recht, aber auch in Sachen Migrationspolitik und so weiter. Ungarn ist da auf ähnlichem Kurs und es wurde ja auch in den deutschen Medien durch deutsche Politiker eine Art Vertrauens oder sogar eine Art Vertragsbruch Polen und Ungarn gegenüber als Höhepunkt neuer deutscher Regierungskunst gefeiert. Das schreibt übrigens das Portal von Tichis Einblick und es wird hier als eine Art Hybris aus Brüssel bezeichnet, die dazu führen könnte, dass mit solchen Maßnahmen Europa zerstört werden könnte. Ja, also wir haben eine Situation, dass die deutschen Politiker natürlich jetzt fordern, nach dieser jüngsten Entscheidungen, dass man Polen und Gelder streichen soll und das polnische Verfassungsgericht hat ja das EU-Recht als verfassungswidrig erklärt. Es steht sogar ein sogenannter Polexit im Raum. Das wäre also der Austritt Polens aus der EU und wir wissen ja, dass die EU gar kein Staat ist und auch nicht Europa ist, sondern eine Konstruktion, die man durch Lobbyisten konstruiert hat und damit die Staaten mehr oder weniger gekapert hatte. Das ist ja die Situation und meine persönliche Meinung dazu. Also Polen und Ungarns Zustimmung zum Beispiel zum Corona-Fonds und darum geht es. Dieser Corona-Fonds wurde aufgelegt, der ja komplett gegen alle Rechtsstatuten des europäischen Rechts eigentlich verstieß, auch einer gesamten Schuldenübernahme, gesamtschuldnerisch aller EU-Partner und die Zustimmung von Polen und Ungarn wurde nur deshalb gegeben, von der übrigens in erster Linie nur Italien profitiert und das völlig überzogen und die Zusage war von der EU, dass die Zahlung der Corona-Hilfen nicht an politische Bedingungen geknüpft werden und diese Versprechen wurden ja bekannterweise, wir reden regelmäßig darüber, massiv gebrochen. Deutsche Medien und Politiker bejubelten Merkels Geniestreich, die ja maßgeblich die Verhandlung beeinflusst hatte. Merkel ist ja da der große Architekt, immer wieder der auftaucht und das ist für mich ein weiterer Akt der Vernichtung des Rufes Deutschlands als Makler dieser EU-Politik, wenn Versprechen permanent gebrochen werden und auf mich wirken diese Handlungen Merkels übrigens ehrlich gesagt wie ein tiefer Hass gegen das eigene Land oder wie soll ich es noch verstehen, also vielleicht bin ich auch nur zu ungebildet das zu verstehen, aber irgendwie ist es für mich irgendwie gar nicht mehr nachvollziehbar. So, das polnische Verfassungsgericht erklärte also das EU-Recht für verfassungswidrig. Die Zahlungen der EU-Gelder an die Mitglieder, wie in diesem Fall Polen und Ungarn, werden kurz gesagt nur bei Aufgabe des nationalen Rechts gezahlt. Also sogar nur, wenn die Länder sich der EU unterwerfen. Also Polen und Ungarn, die sich erklärt hatten, ohne Vorgaben dort mit zu unterstützen, den Corona-Fonds, die haben beispielsweise die Aufgabe, ihr eigenes nationales Recht durch Verfassungsbruch zu brechen. Also das ist eine Forderung der EU. Also man muss daraus schließen, deshalb, ich weiß das kaum in Worte zu fassen, die EU motiviert also Rechtsbrüche im Sinne der eigenen Ideologie der einzelnen Staaten. Es ist ein unfassbarer Vorgang. Da übrigens der EUGH gar keine demokratische Legitimation besitzt, weil er ja gar nicht im Sinne der Gewaltenteilung agiert und auch nicht einer europäischen Verfassung unterliegt, denn die ist niemals von den europäischen Bürgern verabschiedet worden, ist dieser Vorgang, der hier stattfindet, nur noch als Putsch gegen die Demokratie insgesamt zu interpretieren. Das bringt der Verfasser dieses Artikels wirklich hervorragend. Wie heißt der? Kai, Uwe, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Es ist ein Glück war es gewesen. Also zum Fall Polen nochmal. Polen und Ungarn hatten bereits Pläne im Bereich in Brüssel eingereicht, nach denen Ungarn 7,2 Milliarden Euro und Polen 40 Milliarden Euro an Zuschüssen bekommen sollte. Und Draghi erhält danach 191 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds. Mit diesen Geldern könnte die Italien aber auch versucht sein, seine Rentenkasse zu stabilisieren, also zweckentfremden. Es steht sogar im Raum, dass die Mafia profitieren könnte, aber da hat die EU offenbar überhaupt keine Bedenken. Man merkt, auf welchem Level sich das Ganze jetzt hier befindet. Um sich das klar zu machen, die deutschen Bürger sind die größten Einzahler und finanzieren zur Zeit Draghis Amt, der ja übrigens nie gewählt wurde, sondern als ehemaliger EZB-Präsident dort eingesetzt. Also das ist auch eine Sache, über die man reden müsste. Und die Fiskalpolitik Italiens, also die staatliche Finanzpolitik durch Draghi jetzt tatsächlich ist ja wirklich ein Eimer ohne Boden, mal abgesehen von der Impfpolitik und all die Dingen, die er damit auch noch zu verantworten hat. Die Verschuldung Deutschland läuft also ungebremst weiter im Rahmen dieses deutschen Imperialismus im EU-Gewand. So kann man das nur interpretieren. Aber zurück zur Stimmung gegen Polen und Ungarn. die von den Medien und von den Politikern natürlich ausgehen. Und da wird ja ganz groß erzählt. Unter Chinas Führung, das ist wichtig, wurde im Jahre 2015, hier kommt jetzt der Knackpunkt rein, wurde im Jahre 2015 in Asien eine Konkurrenz zum IWF aufgebaut und zur Weltbank. Und das war eine asiatische Entwicklungsbank, die Asian Infrastructure Investment Bank, AIEB oder HIIB genannt. auch die BRD ist Mitgliedstaat dieses IWF-Konkurrenten, übrigens sehr zum Ärger der USA. Aber jetzt hat sich Ungarn 183 Millionen Euro zur dringenden Modernisierung der Krankenhäuser geliehen, genau von dieser Konkurrenzorganisation von IWF und Weltbank in China. Also wichtiger als die Summe des Kredits dürfte hier die Botschaft des Kredits sein, denn Ungarn zeigt der Brüsseler Bundesadministration, dass sie sich nicht erpressen lässt. Und damit gelingt es, und jetzt kommt der große Zirkelschluss der chinesischen Kreditvergabepolitik als Mittel des Projektes der neuen chinesischen Seitenstraße. Das heißt, die Finanzierung kommt jetzt von China schon in die ersten europäischen Staaten rein und das fördert natürlich die Seitenstraße und werden natürlich dadurch in Europa immer präsenter und weiter die Macht von IWF und Weltbank natürlich destabilisieren. Und die deutschen Politiker mit ihrer EU-Politik öffnen also jetzt das Tor zugunsten Chinas, was gerade in Bezug auf diese Seitenstraße sehr, sehr wichtig sein kann. Und das war Klaus Rüdiger May und das ist ein ganz hervorragender Mann, der das hervorragend analysiert hat. Ja, der arbeitet unter anderem für Tichys Einblick und ist halt nicht nur studierter Germanist, Geschichte, Philosophie, sondern er ist auch prädestiniert für historische Sachbücher und Essays und das ist ein wirklich spannender Hintergrundbericht gewesen, den du hier gerade zum Besten gegeben hast, Andreas. Gleichzeitig möchte ich doch mal über einen gerade derzeitigen aktuellen Berichterstattungs Status über die Seidenstraße sprechen, weil die Medien, das berichtet RT Deutsch, die Medien ja und das konnte man ja auch in den letzten Tagen sehen, die haben über eine neue sogenannte Studie berichtet, dass sich nämlich Pekings riesiges weltweites Investitionsprogramm, die Seidenstraße, über die du hier mit nicht ermüdender Flexibilität berichtest, dass die mit steigenden Schulden konfrontiert sei, dass das gar nicht das große Erfolgsprojekt sei, dass die Seidenstraße an Schwung verliere, aber komischerweise sind es die westlichen Mainstream-Medien, die fast unisono über diese Studie berichtet haben, zu der die Nachrichtenagentur Reuters eine eigene, knackige Schlagzeile entwarf, in der es behauptete, Chinas Seidenstraße verliere an Schwung. Was steckt dahinter? Ja, das lässt sich relativ schnell und nicht so umfangreich darstellen, weil das ein ganz einfacher Fake ist aus meiner Sicht. Also diese Aussage, dass die chinesische Seidenstraße laut einer US-Studie dem Untergang geweiht ist, das ist wirklich ein verzweifelter Angriff auf die Belt and Road Initiative, so heißt ja die Seidenstraße in Klartext. Also das ist ein Teil einer politisierten und konzertierten Kampagne von der Washington offenbar erhofft, dass es damit Zustimmung zu seiner eigenen außenpolitischen Agenda gewinnen kann. Also die Veröffentlichung dieses Berichtes ist in Auftrag gegeben worden von der USAID, das ist die United States Agency for International Development. Und diese Veröffentlichung dieses Berichtes erfolgte zufällig genau in derselben Woche, in der dann US-Vertreter zu einer diplomatischen Rundreise durch Lateinamerika aufgebrochen sind, um Chinas Mega-Investitionen im Rahmen der Seidenstraße entgegen zu wirken. Denn man muss wissen, dass die USA unter Eigeninitiative eine globale Gegeninitiative zur Seidenstraße bauen will, natürlich viel zu spät. Die soll heißen Build Back Better World, also B3W, im Gegenzug also zur Belt and Road Initiative, also zur Seidenstraße aufzubauen. Und das heißt also, das ist natürlich viel zu spät, weil der Vorsprung, der zeitliche Vorsprung Chinas extrem groß ist und die Presse versucht hier, kleine Detailprobleme hochzupuschen, um diese Seidenstraße madig zu machen. Und da hat man dann ein Beispiel genommen, zum Beispiel die Zugverbindung zwischen Kuala Lumpur und Singapur. Da hakt es ein bisschen und es kann sein, dass Singapur und Kuala Lumpur, also Kambodscha und Singapur dort nicht mit einer Bahnstrecke verbunden werden könnte, weil es da Probleme gibt und Rückfragen gibt. Daraus aber rein zu interpretieren, dass das gesamte Seidenstraßenprojekt gefährdet wäre und dem Untergang geweiht ist. Also hier ist wohl der Wunschvater der Gedanken. Es hat mit der Realität wirklich nichts zu suchen. Es ist ein ziemlich erbärmlicher Versuch der westlichen Medien hier etwas in Gang zu setzen, was nicht stimmt. Ja, wir kommen nachher auch noch zu dem Thema, was Gaslieferungen aus Russland angeht, wo Russland ja sogar bereit ist, die Routen zu ändern, damit Europa nicht frieren muss im Winter. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Das Thema haben wir nachher noch. Ich möchte vorher noch auf, naja, es ist schon die Einleitung und Einläutung des Themas der steigenden Energiepreise, die ja exorbitant explodieren und diese höheren Öl- und Gaspreise treiben natürlich die Teuerungsrate spürbar nach oben und die Commerzbank hat angesichts dieses Themas mit einem weiteren Anstieg der Inflation in den kommenden Monaten, also es heißt, dass wir damit zu rechnen haben. Commerzbankchef, Volkswirt Jörg Krämer hat gegenüber der Bild-Zeitung gesagt, verteuert sich die Energie weiter, könnte die Inflation im November auf fünf Prozent steigen. Siehst du das ähnlich und was würde das bedeuten? Ja, da hat er natürlich recht, wahrscheinlich sogar weit über fünf Prozent. Es könnte sogar plötzlich abreißen in eine Hyperinflation, dann wäre das Geld innerhalb weniger Tage oder Wochen Null wert. Auch das möchte ich mal sagen, ganz klar. Das Interessante ist eigentlich gar nicht, dass er sagt, dass es um fünf auf fünf Prozent steigen könnte oder sogar noch mehr, sondern das Interessante ist eigentlich die Argumentation, warum das eigentlich so ist. Und er sagt ja, die Inflation zieht jetzt weiter an, bevor sie nach der Jahreswende wieder fällt. Und das ist aus meiner Sicht also ein sehr eigenartiges, sogar aus meiner Sicht absurdes Argument. Nämlich, dass die Inflation wieder fällt, das liegt dann daran, dass dann die Sonderfaktoren wie die zwischenzeitliche Senkung des Mehrwertsteuersatzes wegfallen. Also Statistiker sprechen hier von einem sogenannten Basiseffekt, weil die Preise optisch auch deswegen gestiegen waren, weil die Mehrwertsteuer wieder auf das ursprüngliche Niveau angehoben wurde. Wir wissen ja, dass man im Rahmen dieser Corona-Maßnahmen eben halt die Mehrwertsteuer für bestimmte Produkte herangesenkt hat. Und das daraus zu ziehen, dass damit also die Inflation wieder nach unten geht, ist interessant. Also wirklich schon sehr gewagt, eine solche Aussage. Was ich interessant finde, ist, er hat kein einziges Wort zur Geldmengenpolitik der EZB verloren, die ja permanent Geld aus dem Nichts in den Markt wirft und die Kaufkraft verbessert. Also wenn die Waren nicht steigen, sondern die Wirtschaft sogar fällt, gleichzeitig aber die Geldmenge extrem gesteigert wird, dann ist das die Grundlage für die Inflation und mit Sicherheit nicht die kleinen Prozentpünktchen bei der Mehrwertsteuer, weil die Frau jetzt für die Butter jetzt ein bisschen mehr bezahlen muss als vorher. Ist unglaublich. Was interessant ist, dazu kommt jetzt, dass der Gemeindebund sogar noch einen Heizkostenzuschuss für einkommensschwache Haushalte noch fordert, weil man geht davon aus, dass vor allem auch durch die Energiepreise, das heißt durch Gas und Öl und so weiter, auch sehr stark die Preise steigen würden. Und Energie dürfe nicht nur etwas für Reiche sein, sagt jetzt der Gemeindebund. Da wird also das Neid-Narrativ wieder dieser klassisch-sozialistischen Ideologie angeworfen. Mit Reiche meint man offenbar zukünftig, das ist meine Interpretation, die Menschen, die sich aus ihren eigenen Arbeitserträgen ein warmes Wohnzimmer leisten können. Ich frage mich, wo geht das eigentlich noch hin? Und daher ist natürlich die nächste Bundesregierung gefordert, gerade finanziell schwachen Familien zu unterstützen und die Heizkostenexplosion abzumildern. Das fordert der Gemeindebund. Im Klartext heißt das, es muss noch mehr Geld aus dem Nichts gedruckt werden, was die Preise noch weiter nach oben drückt, bis endlich auch der Reiche frieren muss. Das ist offenbar das Ziel, was dahinter steht, auch frierende Reiche. Dann sind wahrscheinlich alle zufrieden, denn dann sind alle in der staatlichen Abhängigkeit, die als Funktionsträger der NGOs zu wirken haben in der jetzigen Zeit. Spannend, kein Wort dieser Kritik von Seiten der Commerzbank und dessen Chefvolkswirtes, sondern einfach nur Mehrwertsteuer und die Gaspreise, aber unterm Strich gesehen wird das alles wieder gut werden. Das heißt also, auch hier werden Nebensächlichkeiten aufgebauscht, während die eigentlichen Fakten völlig ignoriert werden. Zumindest werden sie nicht dargestellt. Tja, und wie die Lage aktuell in Deutschland und auf der Welt aussieht, dazu kommen wir jetzt. Es gibt also immer mehr Fachleute, die warnen und sagen, wenn es so weitergeht, zum Beispiel die deutschen Wirtschafts Nachrichten titeln Energiekollaps in Deutschland. Immer mehr Firmen müssen die Produktion einstellen. Die Grenze ist weit überschritten. Und man spricht hier von einer gefährlichen Abwärtsspirale in der deutschen Wirtschaft. Es droht ein Übergreifen von Produktionsstops auf zahlreiche Branchen. Das sind zum einen natürlich die enorm gestiegenen Preise für Erdgas, wobei sich an dem Preis gerade aktuell was verändert hat, nach unten, kommen wir auch gleich zu. Und andere Energieträger, die entwickeln sich ja zunehmend zu einem beträchtlichen Risiko für die gesamte Wirtschaft. Jetzt muss beispielsweise Deutschlands größter Hersteller von Düngemitteln, die SKW-Stickstoffwerke, Pisteritz GmbH, angesichts der gestiegenen Energiekosten, die Produktion drosseln. Und das Unternehmen warnt sogar vor einer kompletten Einstellung des Betriebs. In einer Medienmitteilung auf der Homepage heißt es zu dem Thema, mit einer Drosselung der Ammoniakproduktion um rund 20 Prozent reagiert die SKW-Stickstoffwerke Pisteritz GmbH, auf die sich seit Wochen zuspitzende Entwicklung des Gaspreises. Das mittlerweile erreichte Niveau ermöglicht keine ökonomisch sinnvolle Produktion mehr, sodass wir uns zu diesem Schritt gezwungen sehen, sagt der Vorsitzende des Unternehmens. Und die Dynamik des Preisanstiegs sei besorgniserregend. Wir fordern unverzügliches Handeln der Politik ohne staatliche Maßnahmen. Und die werden ja zum Beispiel in Großbritannien inzwischen ergriffen. Ohne staatliche Maßnahmen droht in Kürze ein Produktionsstopp. Die Konsequenzen betreffen dann nicht allein den Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt, sondern werden sich auch weiterverarbeitende Industrien, die Logistik und die deutsche Landwirtschaft auswirken. Auch über diese Umstände und Zustände haben wir schon viel gesprochen. Andreas, was heißt denn ohne staatliche Maßnahmen geht nichts mehr? Naja, wir haben ja mit unserem scheidenden Minister Altmaier natürlich den Experten verloren, der ja dafür sorgen sollte, dass die Wirtschaft wieder in irgendeiner Form angefahren wird. Das bedeutet, Effizienz und ökonomische Prinzipien wieder zugrunde gelegt werden. Davon sind wir ja ganz weit weg. Ganz weit weg. Und wir sehen jetzt die Auswirkungen des Ganzen. Wir haben hier eine Agenda, die deutlich dazu führt, dass insgesamt die Versorgung geschwächt wird. Das sind ja immer nur so die ersten Impulse. Es geht jetzt erst mal um Arbeitsplätze. Es geht jetzt um die Angeschlagenheit eines solchen Unternehmens, welches nicht mehr produzieren kann. Die Mitarbeiter, die müssen letztendlich auch dazu führen, dass die Mitarbeiter bezahlt werden, auch wenn sie aufhören zu arbeiten. Die haben ja Arbeitsverträge, man kann die nicht einfach rausschmeißen. Dann gibt es Kurzarbeit und so weiter. Das belastet wiederum den Staat. All diese Dinge führen dazu, völliger staatlicher Bankrott, auf denen es zuläuft, gleichzeitige Abschaffung der Wirtschaft, gleichzeitige massive Arbeitslosigkeit und gleichzeitige Energieversorgung bei Lebensmitteln. All diese Dinge laufen hier korreliert zu einem Zopf geflochten miteinander in die gleiche Richtung. Ja, in einer anderen Meldung heißt es, dass der drohende Alu-Produktionsstopp die deutsche Industrie gefährdet, nämlich wegen fehlenden Magnesiums aus China, droht die Aluminiumherstellung in Europa auszufallen. In der Folge heißt es, wird es zu Produktionsstopps im Maschinenbau und der Autoindustrie kommen und die Bundesregierung müsse deswegen diplomatisch intervenieren, schreibt Welt Online. Und dieser Produktionsstopp der Aluminiumindustrie soll noch vor Weihnachten drohen. Ursachen natürlich wieder ausbleibende Lieferungen des wichtigsten Legierungsmetalls Magnesium aus China. Mit einem Weltmarktanteil von 87 Prozent verfügt China damit beinahe über ein Monopol. Und in einem Brandbrief an die Bundesregierung weist die Wirtschaftsvereinigung Metalle auf die Folgen dieses Lieferengpasses hin. Es wird erwartet, dass die jetzigen Magnesiumvorräte in Deutschland beziehungsweise in ganz Europa Ende November diesen Jahres erschöpft sein werden. Bei einem Versorgungsengpass dieses Ausmaßes drohen somit massive Produktionsausfälle in der gesamten Aluminium-Wertschöpfungskette mit Sektoren wie Automobil, Flugzeug, Elektrofahrrad, Bau- oder Verpackungsindustrie sowie dem Maschinenbau. Ja, dieser Artikel ist selbsterklärend, aber von mir ein kurzer Kommentar. Wenn wir uns hier auf Rudolf Steiner mal kurz beziehen, der hat ein bekanntes Buch geschrieben für Ökonomen, ist das sehr interessant, der Nationalökonomische Kurs. Da werden nämlich die Zusammenhänge nämlich ganz deutlich beschrieben, wie eine Wirtschaft zu funktionieren hat. Und daraus lässt sich dann natürlich auch ableiten, diese Dreigliederung, nämlich auf der einen Seite die Politik, auf der anderen Seite die Wirtschaft und auf der dritten Seite die Kultur. Und diese Dinge müssen wirklich gewaltengeteilt bleiben. Die Politik hat null Einfluss zu haben auf die Wirtschaft, die Wirtschaft, null Einfluss auf die Politik und alle auch nicht auf die Kultur und umgekehrt. Diese separaten Dinge sind ganz elementar. Und wenn man gegen die verstößt, kommen wir genau zu diesem Chaos hier, was wir hier gerade erleben müssen. Genau das sind die Verzahnungen der unterschiedlichen Disziplinen, die hier zu diesen Fehlstellungen führen. Also für die Insider, bitte setzt euch mit dieser sozialen Dreigliederung und auch mit dem Nationalökonomischen Kurs von Rudolf Steiner auseinander. Hochspannend. Ja, da wird auch vor allem klar, wie wichtig der geistige Anteil ist. Also wir haben gerade gehört Aluminium, Magnesium, wir haben gesprochen darüber, Lithium wird knapp, Halbleiter, Holz, Transportcontainer und so weiter. All das jetzt kurz vor dem Weihnachtsgeschäft. Und in einer weiteren Meldung, die kommt von Business Insider, heißt es, jetzt werden auch noch die Kartons knapp. Es fehlt an Wellpappe, an Holzpaletten, an Kartons. Meldet auch die Wirtschaftswoche. Die Versorgungslage sei so schlecht, dass gerade Neukunden leer ausgehen könnten. Produzenten seien bis in den Dezember und darüber hinaus ausgelastet. Schuld, sagt man, sind auch hier die Probleme der internationalen Lieferketten und die drastisch gestiegenen Rohstoffkosten. Da heißt es, die höheren Kosten für Strom und Energie treiben die Preise weiter an. Und am Wochenende ist auch der erste große Stromanbieter Deutschlands abgesprungen und hat für hunderte Kunden die Lieferung eingestellt, also angekündigt jetzt ab dem 19. Oktober. Also nächsten Montag gibt es für hunderte Haushalte kein Gas und kein Strom mehr. Und auch hier heißt es, die Energiekrise sei schuld. Das Handelsblatt hatte darüber berichtet. Es sind die rheinischen Elektrizitäts- und Gasversorgungsgesellschaftsfirmen, die jetzt der erste große Stromanbieter mehr oder weniger Lieferverträge gekündigt hat. Und natürlich sagt man dann, okay, dann können ja die Großen einspringen. Aber gleichzeitig mit dieser Meldung hat zum Beispiel einer der größten Stromversorger, nämlich E.ON, angekündigt, das Neukundengeschäft auf Eis zu legen. Angesichts der an den Gasbörsen nach oben knallenden Preise. Und es hieß hier also aus den Vergleichsportalen Check24 oder Verifox sind die schon verschwunden. Da gibt es schon E.ON-Marken gar nicht mehr. Und auf der Webseite des Unternehmens E.ON steht, leider können wir Ihnen derzeit keine Erdgasprodukte anbieten. Das ist eine alarmierende Meldung oder beide im Zusammenhang gesehen noch mehr, Andreas. Das heißt, es könnte über kurz oder lang dazu kommen, dass dem Bürger der Stromvertrag gekündigt wird oder der Gasvertrag und kein neuer Anbieter da ist. Ja, hier wird natürlich unsere gesamte Wirtschaftsstruktur und Architektur ad absurdum geführt und ist damit mehr oder weniger als vergangen angesehen. Und ich denke an die vielen Studenten, die jetzt Business of Administration, ihren Bachelor machen in Wirtschaft oder eben halt auch ihren Master in MBA. Diese Ausbildung hat damit natürlich Gefahren, überhaupt keinen Wert mehr zu haben, weil all die Parameter, die gelehrt wurden, falsch sind, komplett falsch und ins Gegenteil verkehrt werden. Das heißt, man muss sich vorstellen, dass ein Unternehmen auf Expansion angelegt ist nach dieser wirtschaftswissenschaftlichen Darstellung, nach dieser Theorie oder genauer genommen nach dieser Ideologie unendliches Wachstum. Und jetzt gibt es Unternehmen, die Neukundengeschäfte einstellen müssen. Es gibt Unternehmen, die ihre Produktion einstellen müssen, einfach aufgrund mangelnder Produktionsfaktoren, die man braucht, in diesem Fall Rohstoff. Und wenn wir uns das alles mal vor Augen führen, dann werden wir auch merken, dass alle Menschen, die zum Beispiel ihr Geld in Investmentfonds haben, in Aktienfonds haben, in einer sehr schnellen Turbulenz geraten, weil nämlich momentan die Preise nur deshalb steigen, weil die Geldmenge erhöht wird. Die Fundamentaldaten der Unternehmen aber für die Wirtschaft im Durchschnitt überhaupt keine Rolle mehr spielen, sondern nur noch diese Geldmengenpolitik. Es läuft also komplett aus dem Ruder. Das bedeutet auch, wenn dieser Great Reset sagt, dass die Menschen irgendwann mittellos sein werden und alles mieten müssen, es damit auch zusammenhängt, dass sie ihre gesamten Portfolios bei den Banken und Investmentgesellschaften verlieren könnten. Und darauf baut man ja momentan. Momentan ist ja derjenige am höchsten bewertet, der am wenigsten CO2-Ausstoß hat, wobei CO2, das sage ich immer, als Schadstoff argumentiert wird. Und diejenigen, die jetzt auf diese Unternehmen setzen, die werden feststellen, dass die erfolgreichsten Unternehmen natürlich die CO2-Emissionen am höchsten haben und die dann natürlich zu den Verlierern gehören. Das heißt, hier wird eine völlige Paradoxie in das gesamte System, das ökonomische, eingeführt, welches überhaupt keiner mehr durchblicken kann. Das ist auch wichtig an der Stelle, das nochmal zu argumentieren. So, und was wir noch gar nicht so richtig mitbekommen haben, es wird ja die ganze Zeit von exorbitant steigenden Energiepreisen gesprochen und das ist bislang natürlich auch so gewesen und ausgelöst hat das Ganze schwere, schwere Krisen in vielen Ländern, unter anderem in Großbritannien, zunehmend in europäischen Ländern, in den USA. Aber worüber man kaum redet, ist die Tatsache, dass der Gaspreis, der auf fast 2000 Dollar explodiert war, mit einem Schlag jetzt wieder zusammengebrochen ist und nun bei unter 1000 Dollar liegt. Das ist zwar immer noch ein historischer Höchststand, aber was, so fragt hier Thomas Röper bei Medienspiegel, was hat denn jetzt den Gaspreis halbiert? Und er sagt, es war ausgerechnet der Bösewicht Putin, der den Spekulationen auf den Gaspreis an den europäischen und weltweiten Börsen jetzt erst einmal ein Ende gesetzt hat und für eine Halbierung des Preises gesorgt hat. Also 2000 Dollar, da lag er, das ist, wie es hier heißt, das Zehnfache des durchschnittlichen Gaspreises von letztem Jahr. Und wie es dazu kam, dass der Gaspreis sich in kürzer Zeit halbiert hat, das hat das russische Fernsehen gestern am Sonntag im Nachrichtenüberblick erklärt. Und diesen Beitrag hat Röper übersetzt. Und da lese ich ein bisschen was draus vor, dass wir mal eine Vorstellung bekommen, was da gerade Exorbitantes passiert ist. Da heißt es, angesichts der Gashysterie in Europa, die durch wachsende Unsicherheit nach den Wahlen in Deutschland noch verstärkt wird, bleibt Wladimir Putin die einzige Führungspersönlichkeit auf dem Kontinent, die nicht nur einen kühlen Kopf bewahrt, sondern die ganze Situation unter Kontrolle zu haben scheint. Während die EU früher die Meinung Russlands zur Organisation der eigenen Energieversorgung demonstrativ und dumm ignoriert hat, hört sie jetzt auf jedes Wort aus dem Kreml, auch wenn es, wie man sagt, nur für den inneren Gebrauch bestimmt ist. Da heißt es weiter, die Idiotie der Entscheidungen früherer europäischer Kommissionen haben dazu geführt, dass die Preise für alle Energieträger in Europa von Gas und Öl bis hin zu Kohle und Brennholz auf ein nie dagewesenes Niveau gestiegen sind. Wenn noch vor sechs Monaten jemand gesagt hätte, Gas soll knapp 2000 Dollar pro 1000 Kubikmeter kosten, hätte man ihn für verrückt erklärt. Aber es ist passiert. Und in diesem Moment, so heißt es hier natürlich nicht ganz ohne eine gewisse Selbstherrlichkeit, aber das haben die deutschen Medien ja auch, deswegen lese ich einfach mal weiter. In genau diesem Moment kommt Putin und bringt bildlich gesprochen mit einer Handbewegung alle Kurse zum Einsturz. Nachdem er mit der russischen Regierung gesprochen hat, ist der Gaspreis innerhalb von zehn Minuten um 200 Dollar gefallen. Und Putin erklärte, dass Russland alle Verpflichtungen weiter erfüllen, dass Russland bereit sei, weiterhin Bestellungen aus Europa entgegenzunehmen und zu erfüllen, dass Russland sich an niemandem räche, dass es genug Gas gebe und dass die Pipelines gebaut und bereit seien. Man müsse nur noch das Ventil öffnen. Und das Moskauer Büro des russischen Fernsehens hat dann weiter berichtet, 600, 1200 und dann bis zu 2000 Dollar pro Kubikmeter innerhalb weniger Tage. Und man hat dann eben gesagt, der Einzige, der es eben jetzt verhindern kann, dass in Europa ein kalter, düsterer Winter wartet auf die Menschen, sei Putin. Ja, und hier sehen wir natürlich tatsächlich, welche Macht Putin auf den Weltmärkten hat. Und damit meine ich jetzt auch in diesem Fall Europa, dass er wirklich mit einer Handbewegung, nämlich dem Kommentar, der übrigens auch nicht unerwartet kommt, indem er sagt, wir werden unsere Lieferverpflichtungen immer nachkommen. Übrigens haben sie das immer gemacht. Ich kenne nicht einen Fall in der Geschichte, wo Russland irgendwann einmal nicht geliefert hat. Das ganze Problem liegt eigentlich ganz woanders, nämlich in der westlichen Anti-Putin-Politik, die pauschal ihn als Bösewicht beschreibt, aus welchen Gründen auch immer. Und man ihm unterstellt, er würde quasi Europa übernehmen. In Wirklichkeit ist es aber die europäische Politik, zum Beispiel Sanktionen gegen die Nord Stream 2 Linie, die die Preise nach oben getrieben haben, zuzüglich natürlich zur CO2-Steuer der europäischen Politik. Denn die Kohle in Deutschland spielt zum Beispiel bei der Stromproduktion eine riesige Rolle. Übrigens ist es interessant, dass die Stromproduktion in Deutschland als Vorzeigeland der CO2-Reduktion die Stromproduktion durch Kohle in Deutschland 27 Prozent ausmacht, während sie in Russland nur 13 Prozent ausmacht, also die Hälfte. Also daran zeigt man mal, auf welchem Niveau sich da auch die deutsche Politik befindet, wenn sie dann gegen die bösen CO2-Emissionen von Russland beispielsweise steuern. Alleine nur bei diesem Thema der Elektrizität, die dahinter steht. Nein, also wir sehen hier ganz deutlich eine unglaubliche Entwicklung. Und ja, gerade die Sache auch, was Ukraine anbelangt, die ja ein Zankapfel ist zwischen Russland und auch USA, weil China in Verbindung mit Russland natürlich die Seidenstraße dort auch durchlaufen haben möchte. Und natürlich auch eines ist, dass die Ukraine Verträge hat über die Pipelines des Gases durch die Ukraine durch, über Russland, also von Russland über Ukraine nach Europa und auch bestimmte Kapazitäten abgenommen werden müssen. Das heißt, Russland wird weiterhin auch Gas transportieren über die ukrainischen Pipelines, die dort durch das Land laufen. Denn wenn sie es nicht machen würden, müssen sie trotzdem die Pipeline-Gebühr zahlen, weil sie ein Mindestmaß an Durchleitungsmassen eben halt garantiert haben. Und wenn sie das eben nicht wahrnehmen, das Gas dort nicht durchleiten, müssen sie den Rest eben halt in Geld trotzdem an die Ukraine finanzieren. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, der da noch hinter steht. Also ich möchte hier damit die Meldung auch richtig sitzt, damit ihr mitbekommt, dass es durchaus nicht zu diesem Wahnsinns-Eklat im Winter kommen muss, möchte ich hier in diesen Artikel noch vertiefend hineingehen. Wladimir Putin hat wörtlich geäußert, Russland war und ist ein zuverlässiger Gaslieferant für seine Abnehmer in der ganzen Welt, sowohl in Asien als auch in Europa. Russland ist seinen Verpflichtungen stets in vollem Umfang nachgekommen. Allen Verpflichtungen. Das möchte ich betonen, sagt Putin. In der Geschichte gab es keinen einzigen Fall, in dem Gazprom sich geweigert hätte, die Lieferungen an seine Kunden zu erhöhen, wenn diese eine entsprechende Bestellung gemacht haben. Nicht einen einzigen. Und Russland sei auch jetzt bereit, durch eine Erhöhung des Angebots auf dem Markt zur Stabilisierung beizutragen. Und er gab der Regierung die Anweisung, einen möglichen Anstieg des Angebots zu berechnen, was die Märkte sofort beruhigte. Der Preis für Gas sank drastisch und zwar dann auf einen Schlag nochmal um 700 Dollar. Und der Geschäftsführer von Uniper aus Deutschland, Klaus-Dieter Maubach, bezeichnete Putins Entscheidung als Impfung gegen hohe Preise. Und auch auf dem Internationalen Gasforum in Petersburg wurde festgestellt, dass Europa trotz aller Entwicklung alternativer Energien nicht ohne russisches Gas auskommt. Und hier sagt Alfred Stern, das ist der Vorstandsvorsitzende des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV, der sagt wörtlich, im Moment hat Europa nicht genügend Energiequellen, weder erneuerbare Energien noch genügend Gas. Die Ereignisse der letzten Monate haben uns vor Augen geführt, dass eine zuverlässige Energieversorgung heute Erdgas erfordert. Vor allem vor dem Hintergrund der erneuten Nachfrage nach Kohle, die es ja zu vermeiden gilt. Und hier in dem Artikel heißt es, also dem russischen Artikel, die Sache mit der Kohle ist paradox. Deutschland, das Vorreiter in Sachen grüner Technologie ist, merkt plötzlich, dass mehr als ein Viertel seiner Energie aus Kohle stammt, dem schädlichsten fossilen Brennstoff im Hinblick auf CO2-Emissionen. Dabei sollen Waren aus anderen EU-Ländern, die mit Kohleenergie hergestellt werden, mit einer zusätzlichen CO2-Steuer belegt werden. Und Michael Kowalczuk, Leiter des Kurtschotows-Instituts, sagt, das ist lustig, denn Deutschland gehört zu den Ländern, die den Kampf gegen CO2 anführen. Und was geschieht tatsächlich? Der Preis für Kohle in Deutschland ist zehnmal höher als in Russland. Aber die Stromproduktion aus Kohle macht in Deutschland Ende dieses Jahres, wie du es schon gesagt hast, 27 Prozent des Energiemixes aus. In Russland sind es nur 13 Prozent. Darum ist es doch seltsam, für die CO2-Neutralität zu kämpfen und gleichzeitig einen solchen Preis für Kohle, aber einen Kohleanteil am Strommix zu haben, der doppelt so hoch ist wie in Russland. Ja, genau das ist, was ich meine. Was noch ganz wichtig ist als Impuls dazu, wir haben ja einen Kampf der westlichen Welt gegen diese östliche Welt und das sind eigentlich die spekulativen Staaten gegen die produktiven Staaten. Und in der westlichen Welt geht es vor allem um Papiergelder, es geht um Börsenspekulation und so weiter. Und aus diesem Grunde hat man natürlich auch die Gaspreise ganz schnell der Börsenspekulation unterworfen. An der Londoner Börse werden die Gaspreise gehandelt. Und Gas zu handeln an einer Börse ist weitaus kritischer, als es beispielsweise mit Kohle ist oder mit Gold oder mit anderen Rohstoffen, Getreide, was man einfach lagern kann in Silos und auch eine gewisse Haltbarkeit hat. Aber Gas ist eben halt schwerer zu lagern, deshalb hat es eigentlich an der Börse relativ wenig zu suchen. Aber diese Spekulationsorgien in Verbindung mit CO2-Zertifikaten, das ist ja das ganze komplexe Spiel, was kaum einer versteht. Dadurch werden die Preise dermaßen nach oben gejazzt und das Ganze dann in Verbindung mit irgendwelchen Sanktionen gegen russische Gaslieferungen, wo es um physische Ökonomie geht. Wer zahlt die Zeche? Der Bürger, der in Deutschland lebt beispielsweise und dann frieren muss. Und dann wird dann anschließend die Neiddebatte losgetragen, dass derjenige, der einen warmen Hintern hat, der sich das leisten kann aus seinem Arbeitseinkommen, dass der zu den Reichen gehört und der muss am besten noch enteignet werden. Also das sind genau die Dinge, die dahinter stehen. Und deshalb finde ich es wichtig, dass Putin an der Stelle auch gesagt hat, wenn es zu Erhöhungen kommen sollte, der bisherigen Kontingente an Gaslieferungen nach Europa, dann werden die Erhöhungsanteile in Zukunft nicht mehr in London aus ihrer Sicht an der Börse gehandelt, sondern an der russischen Börse, an der russischen Rohstoffbörse. Dann hat man mehr Einfluss auf die physische Ökonomie und auch auf die Versorgungsökonomie der Menschen und nicht nur auf die spekulanten Arien, die laufen zugunsten der bekannten Personen, über die wir immer sprechen. Ja, also Russland ist der größte Gaslieferant der Welt. Ich weiß nicht, wie jetzt die westliche Welt reagieren wird, wenn es heißt, dass das dann an den russischen Börsen passieren soll. Naja, die haben ja irgendwo auch nicht mehr so wahnsinnig viele Möglichkeiten dagegen anzugehen. Wir dürfen nicht vergessen, die vorherigen Meldungen mit der Seidenstraßensituation mit China, mit Russland, aber auch mit dem Iran, den wir nicht vergessen dürfen, mit den Ölreserven, die momentan eben halt nicht mehr in den Westen liefern, sondern eben liefern, sondern über das Kaspische Meer Afghanistan jetzt in den Osten nach Xinjiang. Also das sind ja alles diese Dinge, die da gerade laufen. Die Möglichkeiten der westlichen Welt sind da sehr begrenzt und das ist aus meiner Sicht eine mediale Polterung, die da stattfindet. Man poltert und droht und Segel, Säbel rasseln und so weiter. Aber was wollen sie denn tun? Wenn die Menschen alle frieren würden, gehen sie auf die Barrikaden und daran haben sie auch kein Interesse. Denn so weit ist die künstliche Intelligenz noch nicht, dass man die Leute einfach per Knopfdruck abschalten kann. Man darf gespannt sein, denn es gibt ja Ende diesen Monats, Ende Oktober einen EU-Gipfel zum Thema explodierende Gaspreise. Und man hat ja in Brüssel bereits einen Schuldigen ausgemacht. Das ist Russland. Russland ist jetzt an allem schuld, heißt es offiziell. Wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. Das, was wir gerade vorgetragen haben vom Medienspiegel von Thomas Röper. Den Artikel haben wir auch heute schon verlinkt, damit ihr es nochmal nachlesen könnt. Hier können wir entnehmen, dass Putin daran interessiert ist, dass alle genügend auch erschwingliches Gas auf der ganzen Welt bekommen. Und man höre und staune, selbst Angela Merkel, die scheidende Bundeskanzlerin Deutschlands, hat Herrn Putin in Schutz genommen und hat indirekt Fehler der EU eingeräumt. Das melden die deutschen Wirtschaftsnachrichten, die hier die Financial Times zitieren. Und da heißt es wörtlich aus dem Munde von Frau Merkel, wir sollten uns fragen, wurde genug Gas bestellt oder ist der hohe Preis im Moment vielleicht der Grund dafür, dass nicht so viel bestellt wurde. Ja gut, das ist wirklich eine sehr indirekte Schuldeinanerkennung. Also das könnte man noch ein bisschen mehr kommentieren. Dazu reicht die Zeit nicht und das geht auch sehr speziell in eine Situation, die man schwer begreifen kann. Ja, also es gibt vielleicht ein bisschen Hoffnung am Horizont. Wollen wir hoffen, dass in der EU in Brüssel Ende Oktober, wenn man dort das als großes Thema aufziehen wird, auch Erkenntnis und vor allem das, was Rücksicht und Verantwortung gegenüber den Bürgern in Europa sich durchsetzen möge. Und ganz kurz noch am Ende, die Fahrer, die ein Elektroauto haben, sollten wissen, dass sie an Ladesäulen deutlich höhere Strompreise bezahlen als an der Steckdose zu Hause. Das ist das Ergebnis einer Marktauswertung, über die der Spiegel berichtet hat. Und so ist der Strom an einer Standardladesäule bis zu 49 Prozent teurer als herkömmlicher Haushaltsstrom. An Schnellladepunkten gar bis 140 Prozent. Ja, was soll ich dazu sagen? Selbsterklärend wundert einen nicht. Ja, auch das ist ein Artikel der Epoch Times. Wir werden den einstellen und wir kommen zu vielen Meldungen heute nicht mehr. Ich sage nur mal die Überschriften. In den USA gibt es eine immer größer werdende Logistikkrise. Die Lebensmittelknappheit galoppiert. Über Weihnachten werden schwere Engpässe erwartet. In Brasilien wird eine Nahrungsmittelkrise für 2022 angekündigt. Das hat Herr Bolsonaro als Präsident selber gemacht. Auch hier macht er verantwortlich die ansteigenden Kosten für Düngemittel und natürlich die Verknappung der Produkte auf dem Weltmarkt. Und Libanon, auch darüber hatten wir schon öfter gesprochen, steckt in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen weltweit. Jetzt ist die Stromversorgung durch staatliche Anbieter komplett zusammengebrochen. Die beiden größten noch laufenden Kraftwerke haben letzten Freitag und Samstag wegen Treibstoffmangels den Betrieb eingestellt. Die Menschen verarmen dort, viele hungern. Die Krisen, die Klaus Schwab vom WEF angekündigt hat durch die Mikrobenkrise, ist in vollem Gange. Wattnet euch, bereitet euch vor und bleibt geistig verbunden mit dem Licht. In diesem Sinne, wir hören uns nachher zum Abendgebiet. Ja, alles Liebe von uns und lasst euch nicht unterkriegen. Alles wird weitaus weniger dramatisch, als es jetzt noch den Anschein hat. Glaubst du es wirklich? Ja, das glaube ich wirklich. Brauchen wir Geduld. Vorübergehend wird es eng, aber wir haben ja vorgesorgt, vor allem unsere Leute. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020